Nein! Ich hab die Schnauze voll! Das ist keine Plürre, das ist ein klasse Bier! Du bist ein guter Brauer, Erwin Hopfenbach. Egal was andere sagen, du gibst immer 100 Prozent. Nur weil wir keine Werbung machen und günstig sind, heißt das noch lange nicht, dass unser Bier nicht schmeckt. Wozu braucht guter Geschmack ein Prickeln in die Bauchnabelle? Wozu braucht ein gutes Bier ein Sägeschäf, hä? Mensch Thorsten, die meisten haben unsere Ältere ja noch nie probiert. Ja, leider Erwin, aber jetzt beruhig dich doch erstmal. Nimm erst mal einen Schluck, ganz frisch abgefüllt. Mensch Thorsten, das ist die Idee! Wir lassen die Leute probieren! Am besten machen wir Blindtests, damit sie unvorhergenommen sind. Ja! Blindtest. Null wie du denkst. Einfach probieren! Oettinger stellt sich den Blindtest.